Bei den Serien-Reactions kann ich euch logischerweise kein Bildmaterial zeigen, bedeutet, ihr habt jetzt hier nur meine Facecam mit einem vorwärts- und einem rückwärtslaufenden Timer. Müsst das Ganze also auf einer Seite, euer Wahl, oder mit euer DVD, Blu-Ray, whatever, connecten, synchronisieren, und dann könnt ihr das Video genießen. Kuss. Was geht ab? Meine Lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und zu einer weiteren Folge von Naruto-Freunde. Wir haben jetzt sehr lange Pause gehabt. Sehr, sehr lange Pause. Und, ähm, ich möchte jetzt wieder durchstarten. Hm. Ich hab immer mal wieder auf Instagram, ähm, und in Kommentaren was beantwortet. Ich konnte nicht auf jeden Kommentar antworten, was los ist. Ich hätte, ähm, ich hätte einfach irgendwie ein Video machen sollen, das wäre entspannter gewesen. Ähm, ich hab aber auch so viele Kommentare geantwortet, und trotzdem haben jeden Tag mich Leute gefragt, wann's weitergeht, ähm, mit Naruto. Und ich konnte irgendwie auch keine richtige Antwort geben. Ich, ich habe die Lust über die Zeit, hab ich verloren, das auf jeden Fall. Ähm. Ähm, und ich hatte, ich hatte einfach den irgendwann den Anschluss verloren und dachte, fuck man jetzt. Nach drei Monaten einer neuen Folge wieder ist auch dolly, auch wenn ich zwischenzeitlich wieder Bock bekommen habe. Ähm. Ähm, und ich dachte, ach, das ist doch eh dumm, Naruto ist viel zu lang, lohnt doch überhaupt nicht so, das jetzt noch weiter zu machen. Ähm. Aber ganz ehrlich, ich hab wieder Bock bekommen, die Serie zu gucken, ich hätte sie jetzt entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, ich hätte sie jetzt alleine weiter geguckt, oder ich halte einfach mein Wort und sage, wenn ich gesagt habe, wir ziehen durch, dann ziehen wir jetzt auch durch, so. Ich hab euch gesagt, wir ziehen das durch, auch wenn's zwei oder drei Jahre dauert, I don't care, Alter, wir ziehen das durch, und jetzt ziehen wir das auch durch. Okay. Ich hab keinen Bock mehr, äh, das immer aufzuschieben und, äh, keine Ahnung, das irgendwie, ich weiß nicht mal, es schleifen zu lassen, hab ich keinen Bock drauf mehr. Deswegen, wenn ich, ich habe euch gesagt, wir ziehen das durch, und ich möchte jetzt zu meinem Wort stehen und sagen, okay, wir ziehen's durch, ich habe Bock, und wir ziehen das jetzt auch durch. Und auch, wenn nur drei Leute zugucken, und auch wenn es, keine Ahnung, Alter, extrem lange dauern wird. Wir ziehen das durch, weil an sich, ich würde jetzt, äh, Naruto so oder so, hätte ich schon, keine Ahnung, 10, 15 Mal wieder alleine angefangen, hab immer gedacht, ja, vielleicht mach ich irgendwann noch Videos dazu. Jetzt ziehen wir's einfach durch, Alter, ähm, ich werd mir die Tage auf jeden Fall nochmal überlegen, wie oft wir das die Woche bringen werden, ähm, damit wir auf jeden Fall eine Regelmäßigkeit reinbekommen. Feste Tage möchte ich weg von, aber auf jeden Fall sage, okay, zumindest so und so oft kommt es in der Woche, damit man da zumindest eine Regelmäßigkeit hat. Ähm, auf jeden Fall hab ich jetzt Bock, Freunde, wieder hier durchzustarten, für alle, die neu sind, ähm, schaut euch gerne oben in meiner Naruto-Playlist die ersten 19 Folgen an, die wir uns bis jetzt schon angesehen haben. Ähm, jetzt starten wir durch mit Folge 20, wir schauen auf Netflix, hab ich euch ja wie gesagt im Intro schon erklärt, wie das Ganze hier funktioniert, von daher, ähm, ich bin halt aus der Story jetzt erstmal komplett raus, logischerweise. Es gibt ja immer ein kleines Recap, was ganz nice ist und von daher denke und hoffe ich, dass wir hier auch wieder nach ein, zwei Folgen wieder reinkommen, weil halt gerade auch, es ist halt echt enttäuschend, dass ich jetzt gerade da aufgehört habe, weil alle, äh, geschrieben haben, dass es jetzt halt erst richtig losgeht, so Ende, erste Staffel, Mitte, Ende, erste Staffel, geht's langsam richtig los, zweite Staffel, so kommt man erst richtig rein, ähm, das heißt, das Geilste ist noch vor uns und, ähm, ja, man, deswegen, Freunde, ich würde sagen, wir starten jetzt zusammen rein, bei Naruto, Staffel 1, Folge 20, die Folge geht 23 Minuten und 25 Sekunden, Freunde, ich hab's lange nicht mehr gesagt, wir drücken auf Play in 3, 2, 1. Ach, Jungs. Ich hab's schon ein bisschen vermisst, ich bin ganz ehrlich mit euch, ja. Oh, Mann. Naja, ich hab's schon vermisst, Alter. Ach, Sakura, ach nein, ich denke gerade an Sakura wieder. Oh, no, okay, hm. Sakura einfach. Das wird noch lustig, Jungs. Okay. Halt wirklich ein gutes Intro. Halt actually ein gutes Intro. Ich liebe diesen Moment im Intro. Oh. Okay, ich hab's echt vermisst, Mann, okay. Let's go, Alter. Ich freu mich sehr. Ich freu mich, dass wir wieder back sind. Ich bin so raus in der Story gerade. Sind wir immer noch in diesem Fischerdorf gerade? Wo sind denn wir gerade? Bruder, ich find's so abartig abgelaufene Milch. So abartig einfach. Wunderschöner junger Mann, muss man sagen. All right. Neue Herausforderung. Es fühlt sich an, als ob wir jetzt einen neuen Story-Strang erreichen. Ist vielleicht ganz gut. Ist vielleicht ganz nice. Oh, ich hab die beiden vermisst. Ich bin auch ehrlich. Sakura nicht so sehr, aber Sasuke. Ich bin auch nicht so sehr, aber Sasuke. Oh, Kakashi stimmt. Fucking Kakashi, Alter. Gib mir Kakashi wieder. Ich hab fucking Kakashi vermisst. Meine Ausrede für euch, Jungs. Meine Ausrede für euch. Ich bin auch nicht so. Ich bin auch nicht so, aber es ist. Ja, das ist Zazukes Plan tatsächlich. Das ist Zazukes Plan. Und Sakuras Plan ist einfach, nusslos zu sein. Und den Plan kann sie aber auch ganz gut ausführen. Also da ist sie sehr gut drin. Das ist halt immer noch deren Problem einfach. Dass sie so rumbiefen. Und nur an sich selbst denken immer noch. Das habe ich früher auch gemacht, Alter. Ich habe früher mal Gras rausgerissen. Und manchmal habe ich es auch gegessen, Jungs. Was hat er jetzt falsch gemacht, oder? Was hat er gemacht? Idiotiker. Typisch Naruto. Er ist viel zu überheblich, Mann. Viel zu überheblich immer. Oha, Ehrenmänner. Und Ehrenfrau. Oha, die Oma hat ihm einfach so ein Ding gegeben. Der Arme. Belastend, Digga. Der wäre halt dead gewesen einfach. Er wäre einfach dead gewesen. No chance. Er wäre dead gewesen. Rest in peace. Achtung, fallen. Oh nein. Hey. Hey. bro hey 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 bitte sag dass es dem scheiß hund gut geht okay don't save clean wir sind gut holy shit alter der arme alter real talk ist es noch schlimmer geworden alter es ist noch viel schlimmer geworden besser als du das hat echt deren problem man warum immer vergleichen warum immer vergleichen der mit dem fight bekommen es wird nur noch so ein heuball so aus dem wilden westen daher lang rollt das werden sie hoch ist halt echt schlimmer geworden noch zwischen den ganzen oha sasuke korb korb des lebens gegeben einfach er hat sich einfach beerdigt er hat sich einfach beerdigt gerade danke ja nichts 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 sakura nichts ich habe mich auch aus dem staub gemacht man ich habe ja auch aus dem staub gemacht ist das der kleine junge wieder ist das der kleine junge die junge real talk er ist es er ist ich mag den ich mag den alter ich mag den wie ist er noch der ehrenenkel der ehrenenkel breit oha er hat freunde gefunden oha hallo alge alge okay sorry hey ich sage nichts gegen euch ich mag den alge typen ich mein favorite wegen der rotznase schaut euch an mein vorbild der so sieht man oder so oha er wurde heute schon zweimal von einem von der frau verprügelt fühle ich fühle ich den punkt allgemeinen karotten girl sind für ihn da oha er freunde direkt es wird sie machen will sie auch schlagen jetzt weiß ich auch wie der erste zahl rausgefallen ist das war sie auch für die erste zahl rausgefallen ist jungs sehr gemeintes hat wir haben jetzt so eine oha hä es ist eine real-talk-szene rausgefallen direkt noch weiter fronten die stirn ist aber wirklich sehr groß also ich muss ihr jetzt dem typ auch recht geben ja ja wer ist das was war das für leute sehr gerne er versucht sein bestes das muss nicht alles gut äh was für eine weirde stille war das gerade am ende richtig wird okay was ist für leute alles ich frage mich gerade auch was fühle ich den typen den typen fühle ich alter spirit animal oha hä lass ihn mal oh sie hat eine geile stimme alter ich habe mich gerade mehrfach verliebt jungs okay ich bin wieder back in business hat er hat er hinten eine auf dem rücken gefesselt der hat ein gefesselt auf dem rücken Naruto bom chung oh nein des girl wird ihn weg snapping oder oha krass die musik mal der typ ist op der typ ist op ich merke das mr algebra man rette ihn tega er lasst sie mal was soll wieder machen so wird den jungen verrecken lassen oder was wichte hey oha lass immer der sechs oder so das gehört ist nice man sagt was ihr wollt also es lange als sie über 18. don't get me wrong leute uuuh algebra man nee ok er ist schon cool es war schon cool man sagt was ihr wollt er ist arrogant und ob er jetzt auch cool einfach er ist schon cool alter meinst du mich ich bin da für dich high oha wird flex digger ok sogar algebra man liebt ihn ich kann es verstehen ich kann es verstehen was hat er da hinten im gepäck alter das ist krass das ist mir nicht ganz geheuer irgendwie ist das habe ich schon mal gesehen den typen das face woher kenne ich das ich habe ein bisschen angst für den typen ich bin ganz ehrlich mit euch ich habe ein bisschen angst für den typen ich bin ganz ehrlich mit euch feuer feuer ja mann die ist es jungs die ist es und der bad ist es auch im hintergrund fühle ich auch das 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 okay das war schon die folge folge 20 das hat sich erst angefühlt wie so eine filler folge dachte ich aber dann kam doch noch am ende so die erste hälfte war so einstieg irgendwie aber am ende kam dann doch noch ein bisschen story hinein nein ich habe es gefühlt also fühle ich immer weil es jetzt interessant wird die kennenzulernen erst einmal wir haben viele weibliche neue personen was tendenziell gut ist just saying by the way dieser eine typ mit den roten orangenen haaren der vom baumroter hängt wie so eine fledermaus habe ich irgendwo schon mal gesehen aber ich hab der ist creepy alter ich glaube der ist krass op okay dann das girl mit diesen zöpfen und der etwas dickere mit den lilanen gesichtdingern die kommen anscheinend dann aus der aus demselben dorf wie der typ der darunter hängt keine ahnung die sind alle nicht ganz koscher to be honest die drei kinder finde ich auch nice ich mag den algebra man am liebsten spirit animal einfach ehrenmann und dann haben wir auf einmal diese ich weiß nicht ob sie auch ein schonen ist aber die weibliche person eben die mit kakashi da in diesem rad war digga hallöchen sag ich einfach nur ja war eine coole folge alter war eine coole folge ähm ich habe jetzt bock ich bin jetzt gespannt wie es weitergeht man ich hoffe einfach keine ahnung sobald sobald dieses teamwork ding so ein bisschen besser läuft dann wird's op stellt euch vor kakashi ähm naruto sasuke und sakura als team als team richtig gut funktionierend ohne dass sie sich absprechen müssen wissen sie wo wer hin muss bam 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 jumpen ineinander rum und machen stuff flippen dimmsen bimmsen da hab ich bock drauf da hab ich bock drauf und der nennt es ja vielleicht noch einen neuen team partner ab und zu mal reinwerfen so da hab ich schon bock drauf ich bin sehr gespannt alter ähm ja mann jetzt ziehen wir durch jungs jetzt ziehen wir durch wir sind hier ich hab bock das war echt nice alter war cool wieder rein zu kommen alter ich hab's auch vermisst man ich freu mich drauf jungs und wie gesagt ich möchte jetzt auch dazu stehen wenn ich ich habe gesagt wir ziehen durch deswegen ziehen wir jetzt auch durch okay wir ziehen jetzt auch durch wir gucken alle folgen auch die filmer folge wir gucken alles jetzt wir ziehen jetzt einfach durch ähm jetzt do it okay nice ich hab bock freunde und dann würde ich sagen ja sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren video lasst einen daumen nach oben damit es euch gefallen hat bis dann bleibt fresh so wie immer und ciao